Meine Damen und Herren, wir landen in wenigen Minuten, daher bitte ich Sie, die Rücklehne in Ihres Sitzes senkreis zu stellen, die Tische vor sich hochzuklappen und die Sonnenblende wieder zu öffnen. Elektronische Geräte, die nicht in Ihre Sitztasche passen, müssen jetzt ausgeschaltet und verstaut werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willkommen in Genf, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug seine endgültige Parkposition erreicht hat. Im Namen von Austrian und der gesamten Besatzung möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Wir wünschen Ihnen einen schönen verbleibenden Sonntag. Vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. Servus und auf Wiedersehen. Welcome to Geneva, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelts fast. Until the aircraft has reached its final parking position. On behalf of Austrian and the entire crew, I would like to say goodbye to you. We wish you a pleasant Sunday. Thank you for flying with us. Servus und goodbye. hết das. Backst féminen. H Barns analytics�. pleaseira. Bye-bye. Liebe 받고 beam uit.